Ich hoffe jetzt noch mal aufhört, der kostet mir 4600 Fliegen hochstoffen um den Schaden zu erhöhen. Ich hoffe jetzt noch mal aufhört, der kostet mir 4600 Fliegen hochstoffen um den Schaden zu erhöhen. Dany ist beigetreten. Es liegt noch eine AK rum. Nein, danke. Oh, das ist mir gut. Das war mir hier mal ist. Sonny, Bitch! Der Vorstoß in Kauf wie Terror. Ja? Das ist doch schön. Thank you! Vermisst ihr nix? Na ja. Sonny ist 73 Meter weg. Gehen wir mal zu Sonny. Hallo Sonny. Hi. So deutlich sehe ich nicht hier. Ah ja. Kann man noch ein Lichter machen. So was müssen wir jetzt tun? Steigen wir in das Boot und fahren zu dem ersten Punkt würde ich sagen. Kann man nicht einsteigen. Kann doch jeder Zeit weg sein, oder? No, fine. You relax, I'll drive. Kann ich nicht mehr die Steuerung machen. Muss ich nie was gut steigen. Ich guck mir ganz sehr drauf steigen. Ich guck mir ganz sehr drauf steigen. Der Quiff ist gar nix. Auf den Püncher, wir haben doch mal. Bei mir ist auch der Quiff. Ach, die müssen wir im Übrigen bleiben. Oh, macht sich bescheiden. Ich frag lieber nicht, was du hast, Chris. Oder wer ist der Kutscher? Ich? Ja, André. Dann. Also. Wo ist der Zug? Aber meinst du, wir hätten das Boot vielleicht noch getraut? Nö. Ich hatte es schon gemacht. Nee, die Mission hab ich noch nicht. Woher weißt du dann, dass wir das nicht mehr brauchen? Du weißt, wo dann Land ist. Also brauchen wir es nicht. Oh, du bist der Held überhaupt. Was haben wir hier? Keine Ahnung, prüfen. Ach, guck mal an. Ein Rangschiff. Mal untersuchen. Oh, Leute. Was auf der Erde bin ich hier? Das ist... Ist das echt? Nein, was ist das echt? Was ist das echt? Fuck, wenn ich es weiß. Cool. So, zum nächsten. Mhm. Links oder rechts? Links. Kürzer. Ja, rechts ist kürzer. Mhm. Ja, hier waren sie. Du bist da ganz dicker für die. Aber das Boot brauchen wir nicht mehr. Nee, nee, das Boot brauchen wir nicht mehr. Genau schon. Das war lange nicht Baden. Richtig. Irgendwas war es auch schon ganz schön. Ja. Sie sind nicht die Ölspur, die kannst du dir anziehen, die ich hinterherziehen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe aber einen gar nicht angekommen. Mhm. Warte mal, irgendwas können wir hier machen. Versuchen. Kann ich das jetzt eigentlich versuchen? Jesus. Hast du das gesehen? Keine Chance, eine Machete hat das gemacht. Zu sämtlich, zu clean. Kann ich denn hier mal rein springen? Ja, doch. Das ist der Taste. Oder X. Und nur wenn du davor stehst. Also, sich springen kann man natürlich nicht. Du bist steif im Brett. Ja, das ist nicht einfach. Aber du kannst dich mal hinlegen. Das ist so schön. Ähm. Was passiert mit ihnen? Ich habe den Kartell gesehen, dass die Kartell etwas sadistische Scheiße gemacht hat. Aber das? Wir sind sicher, dass es die Kartell ist? Wer sonst? Ja. 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 Jetzt müssen wir 700 Meter in die Richtung. Ach da, jetzt ist es. Dann wäre mir doch lieber erst nach vorne gegangen. Ah. Porry. Äh. Mich verfolgt irgendwie ganz durch die Dusche. Ja, nein. Aber noch nie, oder was? Ein bisschen. Da leuchtet was grünes, liegt es. Da ist überall grünes, das leuchtet. Ja. In den Blätten. Ja, den folgen wir doch auch. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Wer bist du hier? Was ist denn? Das ist doch der Predator, oder? Ja. Ja. Da neben ich sehe doch. Ja. Wo ich in der Schieße? Gib mir mal ein paar Kopfschüsse. Ja. Wäre nicht, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Aber wir stellen uns im Kreis um ihn auf und dann ziehen wir eben richtig. Ja. Ja. Das ist wahnsinnig versteckt. Ja, lustig jetzt alles. Vor allem die Spur fügt da voll vorbei. Wahrscheinlich sollte da ne Amigation oder was passieren. Ich weiß das schon. Hier soll es auch wirklich aktiviert werden. Aha. Rechts. Da ist er noch. M. Ich habe auf jeden Fall rumgeschalten hinter uns. Er hat auch auf jeden Fall geredet, Bruder. Er rennt in die Richtung wieder weg. Er hat auch auf den Film gelegt. Wir sagen das nicht, ne? Sieht mir denn was ohne Nachtsicht? Ich gucke ohne Nachtsicht, Bruder, ja. Da ist er. Kann ich dann irgendwie die Munition auch mal die Schussrate umstellen? Ja. Frag out! See you in hell! Ne, da ist er nicht mehr. Frag out! Eat it, motherfucker! Wo ist er? Er ist weggesprungen. Da hinten ist ne Moonkiste. Ach da, bevor mir steht er. Tita, mach deinen Werfensicht aus. Hey, I'm planting a mine. Servus. Wer soll was machen? Oh, jetzt haben wir den Werfensicht aus, machen Tita. Ja, ne? Aber die bringt auch nicht viel. Der ist hochgesprungen. Ich sehe da nett hier. Nachtsicht funktioniert am besten. Ja, da steht er nicht. Oh. Da wird mir zumindest angezogen. Da ist keiner. Täuscht. Auf Munition. Auf Munition. Oh. Oh, drei. Ah. Ah, da geht's. Ah, da geht's. Ah, da geht's. Ah, da geht's. Achtung, pass auf. Oh, Alter. Warum hat er denn jetzt auf mich gezielt? Kommt ihr klar? Oh. Das war knapp. Oh, der schießt. Warte. Aber er erwischt. Der ist weg. Ja, wenn du ihn triffst, dann spawnt er immer irgendwo anders. Oh, Drohne funktioniert nicht. Muss noch wieder geholt werden. Ja, bin noch dabei. Firing the flare. Was der Puff? No. Er ist wieder woanders. Was war's du machst? Geht schon wieder ein bisschen. Was weiß ich was sagen. Da ist er wieder. Mich hat er... Ja, direkt hinter den... Palmen, da wo er leuchtet. Er ist nicht Palmen, Bambus. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Das kann's doch nicht sein. Der ist wügel. Cool. Wie oft sollen wir ihn denn wegmashen? Keine Ahnung. Eine ganze Weile wahrscheinlich. Das ist ein Predator. Hm? Da ist er. Oh, war der erwischt? Links. Hinter uns irgendwo. Ja, bei Hitze. Da. Links. Links. Weg. Das reicht's. Das... Bringt auch nicht viel. Ah, den kriegen wir schon. Undi, da wird noch was. Der steht genau vor mir. Ja, ich weiß. Da ist er. Da läuft der. Da ist er. Da ist er. Oh, nieder. Jawohl, jetzt kommt der. Da ist er. Nein. Hitze. Ah. Ich bin schon doll. Oder so. Hitze. Oh, da liegt der nächste. Wow, mich hat's auch erwischt. Ähm. Nein. Wir müssen hoch, ob ich bin. Ja, ich kann. Ich muss den Anschluss runter weg. Ja, genau. Das wollte ich mal tun. Aber mein Magazin war leer und dann hat er mich erwischt. Wir brauchen schwere was. Endgies. Wieso? Quatsch. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst ihn nicht. Sobald du ihn in drei Kugeln reingedrückt hast, ist er eh weg. Also ist er eh weg. Und wenn du auf die Schieße hinterm Baum oder so? Ja. Und? Fertig. Ich sehe bloß keine Bäume. Ha, ha, ha. Stompier oder was? Ne, wegen den Thermalsichten. Ach so. Aber der wird doch nicht angezeigt in der Thermalsicht. Ganz leicht. Das ist es ja gerade. Ja, ich gucke in der Nachtsicht. Da sieht man den Stealth ganz gut. Ja. Da siehst du aber auch Bäume und alles. Recht gut. Ich sehe ihn denn immer nicht so gut für mich. Aber ich habe es eben auch einmal komplett ohne ausprobiert und das ging auch ganz gut. Da ist er. Gewesen. Töter ist. Ja gut, ich bin auf dem schweresten Spielkatz. Da. Habt ihr das Spritzen gesehen? Ja. Oh, ich würde gerne. Monik ist so in der Nähe so. Thanks. Du kannst doch auch hier während der Mission die Waffen wechseln oder nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich brauche den Minigern wie im Film den ganzen Wald roten. Ja, das wäre sie jetzt schon. Deswegen habe ich ja an der MG ausgelegt. An mir vorbeigelaufen. Nichts. 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 Alter, der ist ja schnell. Neue. Sicher. Neue. Das ist ja auch immer nett mit dem roten Ding da. Das ist ja auch immer nett mit dem roten Ding da. Hallo, Servus. Oh, vor uns. Ja, gut nach. Ja, gut nach. Ja, gut nach. Achso, ich wollte jetzt auch zu Ghost Recon wieder gehen. Die machen zu viel um eine Mission da. Hitte uns! Dann können wir auch... Ja, warte, dann muss ich gleich wieder raus. Dann können wir von mir aus eine Runde Valle-Ground spielen. Ich hab's jetzt gerade gestartet. Wo? Haben? Fuck. Hallo? Achtung, das nochmal! Eben alle? Der andere läuft her. Richtung Signalfackel. Komm bestimmt gleich irgendwo anders. Ja, links. Nein! Oh, jetzt hat's mich gehört wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja dann, Dixi, kannst du runterziehen? Pass auf! Ja. Ich bin immer zu sehr konzentrieren. Ja. Achtung! Ja, der hat mich. Ja, der hat mich. Ja, komm. Ja. Ja, der macht mich. Ja, der ist mir nicht. Der ist mir nicht. Ja, der ist mir nicht. Da ist mir nicht. Dann kam ich nicht. Ja, der ist mir nicht. Verschleißen. Ja. Das war's. Leute noch Ich muss Muni holen Ist er da? Oh scheiße Nein Geh weg 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 Ich werde den Kuh lösen Drohne ist gestört Drohne ist gestört Ich hole Christoph wieder Oh scheiße Oh scheiße Schau Tod Er liegt am Schrank Einer muss ihn beschäftigen und andere muss er Ich bin dabei Ich glaube er ist tot oder? Ja Ich glaube wir haben ihn Ja er ist down Geh weg Geh weg Geh weg Kennst du das Geräusch nicht aus dem Film? Er kommt aus dem Explosionsradius Aber seine steht da noch ganz Das ist gut Das ist gut Ihr es geschafft? Ich habe es geschafft Nein Einsatz abgeschlossen Dankeschön Dankeschön Jawoll 422 Neue Ausrichtung Körperter Tools Und Accessoires Redator Bio Maske Gibt's irgendetwas Neues? Ja, ne Maske an der Gesichter, wo ich das Dicke kriegt habe. Ne Maske? Mhm. Ja. Das war ja gar nicht so schlimm und das war's jetzt. So. Mhm. Im Schluss hast du jetzt leider verpasst, wo er explodiert ist. Ja, er war direkt dabei. So wie ich aussehe, muss ich dabei gewesen sein. Ich bin ganz schittig auch. Ne, es gab nur die Predatorbemannung. Ne, und die Maske? Gibt's nicht. Ne, gab's nicht. Ich hab sie gekriegt, komisch was. Wieso kann ich denn da nicht hinweg sein? Ausrüstung, Fähigkeiten. Töten sie den Predator abgeschlossen. Ach, die Bemannung, wo ich den Maske noch ja. Gericht. Ach ja, ne Armtätowierungen müsst's nur gegeben haben. Als Community. Ich hab die Maske noch bekommen. Welche gerade? Wo ist sie? Oh, die ist aber cool. Wie verändert die in 80 komplett? Ähm, wo lag die drin? In welchem Menüpunkt ist die? Ähm, da wo die Halstücher sind. Ja. Ja. Kommt mal rein. Wir müssen alle den Einsatz abschließen. Ja, also überleben quasi. Wie? Oder? Ja, wahrscheinlich müsst ihr überleben, dass ihr die Maske dann kriegt. Wiss ich. Mal kurz davor. Oh. Dann, ihr könnt ja den Einsatz nochmal starten bei euch, oder? Hm. Wollen wir das? Dann, das wollen wir nicht. Du musst neben Wanda auftreten. Ähm, du musst da rausgehen, weil wir sind ja in meinem Spiel. Und da wird wahrscheinlich immer angezeigt. Und der Auftrag ist hier in der Nähe. Äh. Ein bisschen weiter südwestlich von uns auf der nächsten Insel. Oder an der Inselspitze irgendwo startet der dann. Ah, die Biomaske ist schon geil. Da siehst du dann so, äh, wie bei Predator siehst du dann die Predator-Sicht hast du dann. Und das hört sich auch alles anders an. Cool. Wir können ja dann auf einen anderen Schwierigkeitsgrad auch noch gehen. Wollte Terry nicht ausspielen, oder? Ne, wer wollte noch mitmachen? Ja. Ja. Aber vielleicht noch. Bist du schon in deinem Game? Ne? Er lädt noch. Jetzt hat er geladen. Ja, jetzt geht's gleich kurz. Ach nein, dann geht's rein. Ja, Katze, was ist los? Ich geh mal schnell pissen. Ich bin jetzt hier. Tittikakasee Echt jetzt? Mh 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 Ich hoffe jetzt nochmal aufhört, der kostet mir 4600 Franken hochstoff um den Schaden zu erhöhen Ich hoffe jetzt nochmal aufhört, der kostet mir 4600 Franken hochstoff um den Schaden zu erhöhen 2 Oh Danny ist beigetreten Es liegt noch eine AK rum. Oh, das ist nicht gut. Das war eigentlich nicht überlebt, ja. So ein B****. Der Verstoß in Couch wie Terror. Ja? Das ist doch schön. Thank you. Dann misst du ja nix. Sonny ist 73 Meter weg. Gehen wir mal zu Sonny. Hallo Sonny. Hi. So tot wie ich sehe dich nicht. Ah ja, ich kann mal die Lüfte machen. So, was müssen wir jetzt tun? Steigen wir in das Boot und fahren zu dem ersten Punkt, würde ich sagen. Kann man in den einsteigen? Ich muss doch jederzeit weg sein. Na, fine. You relax. I'll drive. Steiger. Oh, das ist neben das Hubschrauber. Du kannst ja draufsteigen. Der Hubschrauber ist aber eben weg. Komm mal grad zu euch. Der andere spielt das Leben. Wer ist denn der andere? Ixi. Was denn für Probleme? Nennt sich selbst? Seine Fritzbox. Seine Fritzbox schmiert die ganze Zeit ab. Ey. Oh, das ist nur dieser. Wow. Kann er nicht. Ich auch nicht. Passagier, ich kann wieder einsteigen. Out of the car, brother. Don't make me ask twice. Ja, hier flogen. Ach so, und das macht jetzt einen Unterschied. Ja. Weil die Gegner nicht angezeigt werden, auf der Schwierigkeit stufen. Also, ich sehe es nicht. Das ist halt so. Wer weiß das schon? Du meinst der roter Hohanrohr? Ja. Oh, okay. Hatte ich auch. Na, ich nicht. Na, dann kann man gemeinsam auf verschiedenen Schwierigkeiten spielen. Da muss die Frau sein. Die ist ja schon halb tot, oder? Ja. Ah, nein, 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 sie nicht. Die ist nur Blut verschmiert. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht. Es hat sie verletzt. Es hat sie alle verletzt. Es hat sie alle verletzt. Du meinst er? Nein. Es. 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 Weil ich hab nicht gereicht gemacht. Unter Standard 5 und 6 und dachte ich, okay, schausset, ich bist jung. Ja, 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 ja. So ist das, ne? So ist das. Lass nochmal die Damen holen. Guckst nix denn so halt, ne? Okay, wüsste halt auch, ja. Wenn wir uns da nicht aufteilen, das sind wir eh nur so, guck dir das an, Dinge. Na gut, dann geh ich nach links weg. Nehm die Mitte. Ich falsch den. Oh, jetzt sind wir die Leichen auf der selben Baum. Wir können nicht so weiter warten. Gehäutet. Cool. Was jetzt mit der Predator-Maske, dem Predator-Plug, ja? Wie der Arsch glänzt. Die Arschleichen. Das waren die Worte mit dem Angriff. Kleine wird's ziemlich eng. Welcher Angriff? Achso. Das ist noch der. Wir müssen anschließend wieder. Hier direkt, wo der gekommen wird. Ähm. Guys. What on earth am I looking at here? That's... Is that real? In what sense? Fuck if I know. Äh. Ich komm danach, wir haben noch einen Kilometer. Bist du denn? Ich war bei dem dritten weitesten Punkt. Ah, okay, er läuft direkt dann vorbei, schreit und läuft dann hier vorbei. Bist du eigentlich nicht so drauf? Finde ich schon ein Dinges? Ja, ja, ich war auf dem... Ja, ich war auf dem Dinges. Bin ich schon ein Dinges? Ja, ich war auf dem Dinges. Wenn ich mit der Predator-Maske gesehen bin. Oh, wir können weiterlaufen. Ja, warte noch. Links von uns. Rechts. Ne, bei mir war's links. Ne, bei mir rechts. Aber der greift ja erst an, wenn wir da sind, ne? Da vorne steht jetzt der. Ah, jetzt auch. Tinkt ein Baum und weg ist er. Deploying Drone. Bill. Da hab ich noch Fertigkeitspunkte... Du kannst doch auf Einzelschuss anstellen. Ja, wenn der Verschluss an sich der ist. Der Hut? Oh, ist die Kapitze. Scheiße. Oh ja. Super. Ein paar so Blätter. Als Cape. Hehehe, das schaut so aus. Hehehe. Am Arsch hängt mal die Blätter runter. Ich würde euch dann die Maske nicht mehr auf. Sondern eine andere. Den behalte ich, der sieht lustig aus. Mein Vater spielt schon eine Zwei-Bow-Schatz. Hm. Oh, sonst noch Füße. Ich hoffe die wir mal austesten können. MP? Wie spasst? K-14. Ja, das ist jetzt nicht. Was ist das? Was ist das? Was hast du da? Was ist das? Standard-NMG Was ist das? 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 bist du ganz kleiner blauer punkt also mit dem thema krass aber man sieht nicht näher kommen naja cool was soll ich den arsch gesehen deswegen das gesicht leuchtet rot raus also bei wiesens die finger weil ich die handschuhe nein gewartet wir haben schon zwei jetzt ist auch wieder abend immer rum alles gut ich höre noch raus er wird schwarz bei mir da Was ist das? Ja. Sogar die Hülsen sieht noch aus von dem Terminal. Die Rechten noch nach. Aber es ist nervige Entsicht. Die sind doch direkt neben mir, du. Ah, die Länge ist schon gut. Und wieder bei mir? Ja. Ja. Und wieder bei mir? Ja. Und wieder bei mir? Ja. Ich brauche mal ein Nachtzeug, dann. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Oh, der geht voll noch gut hinweg. Der Wichser mit ihm ist. Da noch. Rechts. Oh, der neben mir ist. Oh, der neben mir ist. Ja, ich mach. Er zielt auf mich. Ah, hat er mich einfach. Ja. Ich hole wieder. Beziehungsweise das am besten. Pass auf. Er hat mich. Ich mach jetzt mal kurz. Er kommt schneller. Das ist einfach. Das ist einfach nicht, warum. Ich bin jetzt nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt nicht. Ja. Warte. Juh. Oh Gott! Ich bin hier schockiert Auf Stagi-Nator hat er geschossen und mich hat er erwischt Ich habe Glück gehabt, ich bin hinter der Steinkante verschwunden Okay Dass der Typ nicht wegschlägt Achtung hier! Jetzt ist er weg Da war ich doch dabei Woa Irgendwas da ist Ich habe auch in einem Kreis gesehen Ich glaube das war's Wir haben ihn Okay, weglau Raus aus dem Park Ja Wir müssen da nochmal hin Lauf schnell Okay Weißt du, das hatten wir das letzte Mal gehört Ich bin raus Ich auch Ich habe es auch geschafft Ich auch Ja, diesmal gibt es auch eine Explosion Ich habe es erwischt Ja Jetzt müssen wir da nochmal hinlaufen Naja Zubehör Ja Ich weiß nicht, aber wir haben es geschafft Ich denke Wir müssen uns sagen Bowman Wir kriegen das nicht richtig hin Jetzt ist die Muke ist ja auch wieder weg Ja, ging schnell Wir sind dicht aufgegangen Ihr sind Naja